Hallo ihr wunderbaren Wittergeborenen und Witteraszendenten, ganz herzlich willkommen zu meinem Liebeshoroskop für den Mai 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf und ich möchte euch durch die Konstellationen des Monats führen. Liebesplanet Venus steht den ganzen Monat über in eurem Zeichen, also lasst euren Charme spielen. Ihr könntet zwar auch noch in so manches Fettnäpfchen treten, besonders gegen Ende des Monats, aber mit dieser Venus kann man euch kaum böse sein. Mehr dazu gleich. Jetzt noch der Hinweis, dass es diesmal wieder etwas zu gewinnen gibt bei mir. Wenn ihr darüber was wissen wollt, dann bleibt dran bis zum Schluss des Videos. Jetzt schauen wir in euren Erlebnishintergrund, also die Konstellationen, die längere Zeit für euch wirken und da ist so einiges los bei euch. Ihr habt erstmal Glücksplanet Jupiter in eurem Partnerhaus, super schön. Das ist eine sogenannte Opposition, Spannung zu eurer Sonne und das bedeutet, das Thema Liebe und Beziehungen ist sehr stark angeregt bei euch. Sowohl jetzt was Flirts angeht für Singles, als auch wenn man in einer Partnerschaft ist. Die Gefahr ist so ein bisschen, dass man auch fremd flirtet, weil man eben so beliebt ist oder so tolle Leute kennenlernt. Diesen Aspekt spüren besonders die Geburtstagskinder, die vom 1. bis 7. April Geburtstag haben und dazu kommt dann auch noch eine tolle Konstellation mit Mars, der euer Herrscherplanet ist, zwischen dem 7. und 12. Mai. Da fühlt ihr euch wahrscheinlich stark wie Superman oder Superwoman und habt eben auch exzellente Flirtchancen. Dann haben wir Pluto in einer Spannung zur Widersonne stehen. Für euch hier im 10. Sonnenhaus, das kann beruflich also sehr, sehr starke Entwicklungen anzeigen. Stehen viele Wiedergeborene auch wirklich sehr unter Stress deswegen, denn oft sind es sogenannte höhere Mächte, also Entwicklungen in der Firma, die ihr auch gar nicht beeinflussen könnt, die aber in euer Leben eingreifen. Für manchen Wider bedeutet das auch, dass er sich selbstständig macht und selber jetzt wirklich in einer Position ist, wo er dann eben auch sich behaupten muss. Für manche gibt es Machtkämpfe mit der Chefetage. Also Pluto transformiert euch da über das Thema Beruf und Karriere und das ist jetzt für viele wieder schon eine ziemliche Herausforderung. Im Privatleben, im Beziehungsleben kann dieser Aspekt auch bedeuten, dass man einen Verlust erlebt oder dass der Partner Hilfe braucht oder dass es Transformationen in Partnerschaft und Familie gibt, die einen auch sehr stark beeinflussen. Das hängt dann eben auch davon ab, wo der Pluto jetzt für euch in dem individuellen Horoskop steht. Aber das Wider-Kollektiv, also was ihr mit allen anderen Wider-Geborenen gemeinsam habt, ist eben, dass es über die Karriere wirkt oder über Entwicklungen in eurer Firma. Und diesen Aspekt, den spüren in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder, die vom 7. bis 11. April Geburtstag haben. Und dann haben wir Uranus und Saturn, die eigentlich auf die gleichen Grade in diesem Monat einwirken. Einmal Uranus, der für euch im ersten Haus steht in der dritten Dekade des Zeichens wieder und für viele wieder den Wunsch bringt, sich zu befreien und etwas Neues im Leben zu beginnen. Das ist ein sehr starker Aspekt auch, der auch sehr lebensverändernd wirkt. Viele Wider haben das jetzt auch schon hinter sich gebracht, aber diejenigen, die unter dem Einfluss stehen, die spüren das eben jetzt, dass sie das Bedürfnis haben, sich aus einer Situation zu befreien und in ihrem Leben noch etwas Neues anzufangen. Und gleichzeitig haben diese Wider aber jetzt auch den Saturn, der hier auch im guten Aspekt für euch steht, im 9. Haus der Pläne, der wirkt auch auf eure Sonne ein. Und das ist eigentlich eine ganz gute Kombination, denn da hat man einerseits diese Erneuerungskräfte und andererseits aber mit Saturn auch Manifestationskräfte. Also Saturn bedeutet ja, dass man seine Ideen dann auch mit mühseliger Kleinarbeit in die Tat umsetzt. Und Uranus alleine ist erstmal nur der Wunsch, was Neues anzufangen und das Gespür, dass etwas Altes zu Ende gehen muss. Aber erst mit Saturn hat man dann die Power, das eben auch umzusetzen und auch die Mühe, sich zu machen. Und das steht jetzt gut für euch. Und diese beiden Planeten wirken in diesem Monat, besonders auf die Geburtstagskinder, die zwischen dem 13. und 18. April Geburtstag haben. Und dazu kommt dann Ende des Monats vom 25 bis 29. Mai noch eine Spannung zum Mars, der ja euer Herrscherzeichen ist. Das heißt, da können die Dinge sich nochmal verlangsamen oder ihr könnt da nochmal mit Widerständen zu tun bekommen, die sich aber lösen lassen. Und am Ende wird wahrscheinlich was Gutes dabei rauskommen. Aber darauf gehe ich gleich noch ein. Jetzt schauen wir uns die aktuellen Konstellationen an in diesem Monat. Beginnend mit dem Neumond vom 26. April. Der steht bei euch im zweiten Sonnenhaus. Da geht es also ums Geld und um euer persönliches Selbstwertgefühl. Was müsst ihr tun, damit ihr euch wertig fühlt? Oder vielleicht auch, wozu habt ihr Lust, euch was anzuschaffen und Shopping zu gehen? Vielleicht auch schöne neue Klamotten jetzt im Frühling. Diese Themen sind da angesprochen mit diesem Neumond. Denkt mal über eure Situation nach, was die Finanzen angeht, aber auch eben, was euer persönliches Selbstwertgefühl angeht. Dann haben wir am 30. Jahr noch den Tanz in den Mai. Ist ja auch eine spannende Konstellation für euch. Besonders, weil da die wilde Lilith im Schützen in einer Spannung zum Mars steht, der euer Herrscherplanet ist. Das heißt also, es ist sehr gut möglich, dass ihr zum Tanz in den Mai einen wilden Flirt haben werdet oder eine wilde Affäre anfangt oder dass es eben einfach hoch her geht für euch, wenn ihr da ausgeht. Und der Mond steht aber im Krebs, in der Spannung zur Wildersonne. Da kann es also schon sein bereits, dass ihr schon in das erste Fettnäpfchen tretet bei jemandem, der ein bisschen empfindlich ist. Deswegen müsst ihr dann trotz allem auch ein bisschen rücksichtsvoll sein. Genau. So, dann zum 1. Mai steht die Sonne weiterhin im Stier in eurem Finanzhaus. Das ist ganz günstig, weil das bringt Licht und Vitalität in eure Finanzangelegenheiten und ist außerdem auch noch gut für die körperliche Vitalität. Und die ist ja wiederum wichtig, um eine gute Zeit in der Liebe zu haben. Aber die werdet ihr sowieso haben mit diesen prickelnden Konstellationen. Genau. Dann eben die Venus. Die steht den ganzen Monat hier in eurem Zeichen und wird also die erste Dekade des Wiederzeichens beglücken vom 1. bis 10. Mai, die zweite Dekade vom 10. bis 27. Mai und die dritte Dekade vom 27. Mai bis 5. Juni. Da bekommt ihr dann eben diese schönen Kräfte der Venus in eurem Zeichen. Und gleichzeitig steht der Mars auch günstig für euch, nämlich in einem günstigen Sextilaspekt. Und außerdem ist das euer Herrscherplanet. Deswegen ist immer sehr wichtig zu gucken, ob es dem Mars gut geht und was der diesen Monat so treibt. Und das ist halt sehr interessant. Und der Mars wird durch die erste Dekade laufen vom 1. bis 7. Mai und dabei bildet er eben auch ungefähr in der Zeit eine Opposition hier zur Wilden Lilith. Das heißt, die Widerherren sind tatsächlich herausgefordert, sich als ganze Kerle zu zeigen und wirklich auch den Frauen, die sie mögen, mit einer gewissen kraftvollen Haltung zu begegnen, mit einer entschiedenen Haltung auch. Und die Widerdamen kommen eben in Kontakt mit den Kräften der eigenen inneren Göttin und wahrscheinlich auch auf eine ganz positive Art und Weise, weil es ja in einem guten Aspekt zur Widersonne steht. Vielleicht entdecken sie auch eben in sich, dass sie auch was Wildes haben, dass sie was Kratzbürstiges haben und wirken dadurch halt wieder besonders interessant auf die Herren. Genau. Und der Mars, das habe ich schon gesagt, ah ja, die zweite Dekade vom Mars, nein, die zweite Dekade der Widder, so, die bekommt den Mars-Aspekt vom 7. bis 21. Mai und die dritte Dekade vom 22. Mai bis 5. Juni und was der Mars da macht, da gehen wir gleich noch drauf ein. Genau. Am zweiten habe ich schon gleich einen Top-Tag für euch gefunden, wenn nämlich der Mond im Löwen steht und damit diese ganzen prickelnden Konstellationen hier mit Jupiter im Partnerhaus, also Begegnungen und eben der Venus bei euch im eigenen Haus, das heißt, eure charmante Ausstrahlung nochmal aktiviert. Das wäre ein Dienstag. So. Der Merkur steht ja auch im Widder bei euch im Zeichen in eurem ersten Haus und wird am 3. Mai abends wieder direktläufig. Das ist gut für alle diejenigen, die im April in irgendwelche Fettnäpfchen getreten sind und vielleicht mit Missverständnissen zu tun hatten oder irgendwo das Falsche gesagt haben oder eine Verabredung vergessen haben. Die können das dann ab dem 3. Mai oder 3.4. Mai wieder in Ordnung bringen und wieder klären. Genau. Dann haben wir am 7. einen Top-Tag. Da könnt ihr eine gefühlvolle Begegnung erleben. Der Mond aktiviert hier den Jupiter bei euch im Partnerhaus, aktiviert die Venus und steht günstig zu allen anderen Aspekten, Planeten, die gute Aspekte zu euch werfen. Also ist bestimmt ein schöner Tag für euch, weil es auch ein Sonntag ist. Auch für Festliierte, die sollten sich da Zeit nehmen und ein bisschen mit dem Partner kuscheln. Der Vollmond in der Nacht vom 10. auf den 11. ist interessant für liierte Widder, denn er findet bei euch in dem Bereich statt, wo es um feste Beziehungen und feste Abmachungen geht und außerdem kann er auch ein Licht auf diese Finanzüberlegungen werfen. Ihr könnt mal darüber nachdenken oder vielleicht zeigt sich auch zu Vollmond, wie der Partner denn euren Selbstwert unterstützt. Das ist ja auch sehr wichtig, wenn man in einer Partnerschaft ist, tut man sich dann gegenseitig auch was Gutes. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man das eben vielleicht auch mal ansprechen. Also das könnte sich dann auch zu Vollmond zeigen. Und wenn ihr nicht schlafen könnt, dann könnt ihr mit eurem festen Partner in der Nacht kuscheln. Am 11. wird dann dieses Quadrat von Mars-Neptun spannen für euch. Also der Mars hat ja erst die Opposition zur Lilith und der nächste Aspekt, den er bildet, ist das Quadrat hier zu Neptun. Und das kann bedeuten, dass es zu Täuschungen und Heimlichkeiten kommt. Die Phase geht so vom 7. bis 12. Zwölften. Vielleicht lernt ihr jemanden kennen und dann erweist sich das Ganze dann doch als Hirngespinst oder das kann auch bedeuten, dass ihr einfach wirklich auch falsche Informationen bekommt, dass euch jemand was Falsches sagt. Jetzt steht der Mars aber gleichzeitig super gut hier zum Jupiter. Das heißt, ihr fühlt euch sexy und habt auch Lust, vielleicht euch dann gleich einzulassen und zwischen den Laken zu wälzen. Aber es kann eben passieren, dass es dann bei einem One-Night-Stand bleibt. Das müsst ihr einfach vorher wissen, wenn ihr da die Chance habt für eine tolle Begegnung, dass es vielleicht sich dann anschließend als Luftschloss entpuppt. Oder ihr wartet eben und steht das durch, dass die Lust groß ist und wartet aber doch erst mal ab, um zu gucken, ob vielleicht dann doch jemand seriös ist und es ernst meint mit euch. Auf jeden Fall ist das hier sehr sexy. Mars, Trigon, Jupiter macht euch also echt unwiderstehlich. Am 16. Mai geht dann der Merkur ins Zeichen Stier, damit auch in euer zweites Haus, in euer Geldhaus. Das kann durchaus vorteilhaft sein, dass ihr dann vielleicht in euren Finanzangelegenheiten gut vorankommt und vieles klarer seht als vorher. Und dann beginnt, da habe ich noch einen Top-Tag für euch, am 17. Der 17. Da steht der Mond günstig im Freundschaftszeichen Wassermann und aktiviert wiederum die Venus, die Lilith und die anderen Planeten, die auch günstig zur Wittersonne stehen. Das ist also sicherlich eine prickelnde Zeit dieser Tag. Freundschaft und Liebe gehen zusammen, habe ich mir da noch aufgeschrieben für euch. Der 19.5., da wird es dann spannend, weil dann die Venus anfängt, diese Aspekte zu bilden. Erst zu Jupiter, was super ist für euch. Wir haben hier wieder die neue prickelnde Begegnung. Ihr seid super charmant, Venus im ersten Haus und hier lernt ihr jemand tolles kennen. Also das ist ein denkbares Szenario und es ist sehr, sehr vielversprechend, aber eben Vorsicht vor den Bad Boys und die könnten sich jetzt bei euch in der Chefetage aufhalten. Hier Venus, Quadrat, Pluto. Der Pluto steht ja im 10. Haus. Das wäre also wirklich auch für euch eventuell schwierig, wenn ihr euch auf eine Liebelei unter Kollegen oder vor allen Dingen mit jemandem, der in der Hierarchie höher steht, als ihr einlasst. Oder ihr seid vielleicht selber der Chef und lasst euch ein auf jemand, der für euch arbeitet. Das sind alles so Sachen, die könnten heikel sein. Müssen aber nicht, weil zum Schluss haben wir ja so ein bisschen so eine Happy End Konstellation. Aber ihr müsst da ein bisschen aufpassen. Also nicht so unbedacht da so rein stolpern, sondern schon die Antennen ausfahren und ein bisschen auch rein spüren, ob das funktionieren kann. Also da passt da bitte ein bisschen auf. Am 20. geht derweil die Venus ins Zeichen Zwillinge. Steht dann auch im guten Aspekt zur Wittersonne. Das ist dann ein sehr schöner Monat für euch, die Zeit der Zwillinge. Da habt ihr dann die Sonne und Mars hier im guten Aspekt zu euch stehen und das dürfte euch eine gute Vitalität geben und ein reges Interesse am Austausch und eben auch die die Möglichkeit, viele Leute zu treffen. Das ist sehr, sehr schön. Am 25. ist dann der nächste Neumond und da könnte bei euch das Thema sein, mal wieder Kontakt mit Geschwistern aufzunehmen oder mit den Nachbarn ins Gespräch zu kommen. Im dritten Haus haben wir so die Leute, die in der direkten Umgebung sich befinden, wo man dann auch wieder interessante Flirts anfangen kann. Und deswegen solltet ihr darüber mal nachdenken, wie ihr das vielleicht in den nächsten Wochen gestalten wollt. Oder man kann ja auch mal so ein kleines Gartenfest machen und die Nachbarn einladen. Solche Sachen sind da vielleicht interessant für euch. Dann haben wir am 26. Mai noch einen Top-Tag. Da gesellt sich dann nämlich hier der Mond hier dazu. Auch sehr schön und aktiviert genau diese Konstellation vom Neumond. Oder bzw. der steht ja dann immer noch für euch im Zeichen Zwillinge. Und da ist ein gefühlvoller Austausch möglich oder eine gefühlvolle Aussprache. Dann haben wir am 29. noch eine Konstellation, wo ich auch noch mal warnen wollte, weil hier könnte es sein, wenn ihr hier zu hitzige Reden schwingt. Mars im dritten Haus kann auch heißen, dass man sehr temperamentvoll argumentiert oder vielleicht eben auch jemanden auf die Füße tritt. Dann könnte das eventuell Pläne, die ihr gemacht habt, gefährden. Aber ich denke, insgesamt haben wir dann doch eine schöne Happy-End-Konstellation. Die Venus wird dann hier in eurem Zeichen in den Kontakt mit Uranus gehen, exakt am 3. Juni. Und das Ganze in einem großen Dreieck, wo eben auch Saturn als Planet der Dauer und auch euer Herrscherplanet Mars eingebunden ist. Und es wird dann wohl irgendwie vielleicht sich so anfühlen, dass dann so alles auf einmal zusammenpasst und Sinn ergibt. Und man hat dann auch gute Eingebungen und es ist übrigens auch eine gute Konstellation, um vielleicht im Internet jemanden zu daten. Genau. Ja, soweit also die Konstellationen im Mai für euch. Wenn ihr eine persönliche Beratung bei mir vielleicht mal buchen wollt, dann schaut doch einfach mal auf meiner Homepage vorbei. Da habe ich meinen ganzen Service für euch aufgeschrieben. Dann könnt ihr euch da umschauen, was es da so gibt und die Beratung eben auch gleich buchen. Und wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, dann könnt ihr diesmal wieder 15 Minuten Kurzberatung bei mir gewinnen zu einem Thema eurer Wahl. Dann postet mir doch bitte einen netten Kommentar hier auf meinem YouTube-Kanal und abonniert meinen Kanal, sofern noch nicht geschehen. Außerdem noch ein Hinweis, dass es bei mir ab dem 6. Mai wieder einen neuen Kurs gibt zum Thema Liebe und Beziehungen im Horoskop. Damit wünsche ich euch alles Gute mit den Sternen.